Scannen Der Kassierer hat den Strichcode des Artikels gescannt. Aufnehmen Leon hat heimlich unsere Gespräche aufgenommen. Blitzen Es blitzt und donnert. Sich schütteln Der Hund hat sich geschüttelt, als er aus dem Wasser gekommen ist. Einwerfen Als wir im Urlaub waren, wurden viele Briefe eingeworfen. Ausmessen Der Handwerker hat unsere Küche ausgemessen. Stecken 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 Sie den Stecker in die Buchse, um das Gerät einzuschalten. Füttern Im Winter ist es sinnvoll, Vögel zu füttern. Stinken Die Müllsäcke auf der Straße stinken und locken Insekten an. Windig sein Das Wetter war kalt und windig. Malen Ich kaufe nur Bohnen und male meinen Kaffee selbst. Explodieren Die Glühbirne ist explodiert. Tragen Ich habe wieder verschiedene Socken getragen. Stellen Ich habe den Wecker auf 21.25 Uhr gestellt. Abnehmen Ich muss in drei Monaten 10 Kilo abnehmen. Tun Tue deine schmutzigen Sachen in die Waschmaschine. Durchsuchen Ich habe die ganze Wohnung und sogar die Mülltonne durchgesucht, um meinen Ehering zu finden. Transportieren Die Waren werden von Asien nach Europa mit dem Schiff transportiert. Wählen Bitte wählen Sie diese Telefonnummer, um uns zu kontaktieren. Steigen Steigen In letzter Zeit sind die Immobilienpreise in New York ganz schön gestiegen. Beladen Das Schiff wird mit den Containern beladen. Halten Halten Die billigen Batterien halten nicht so lange. Genehmigen Für die Einreise in die USA wurde meine Einreise genehmigt. Drucken Täglich werden 500.000 Zeitungen gedruckt. Der Das Schiff Nun .